Moin, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man den Baron auf eine sehr, sehr heimtückische Weise machen kann. Dabei rede ich nicht von einem Steal durch eine Ulti oder ähnliches, sondern von der Möglichkeit, den Baron außerhalb des Rivers zu machen. Das bedeutet, auf der anderen Seite der Klippe. Hierbei ist es besonders wichtig, dass man den Pink Ward genau platziert. Das bedeutet, ihr müsst ihn genau am Eingang platzieren, um in dem Baron, aber auch außerhalb des Barons, alle gegnerischen Wards clearen zu können. Natürlich auch dort, wo ihr gerade steht. Eine schöne Variante ist es ebenfalls, einen Champion von euch noch auf eine Lane zu schicken, damit der Gegner denkt, okay, die machen wahrscheinlich nicht den Baron. Leider muss man dazu sagen, dass nur wenige Champions geeignet sind, um diesen Trick durchzuführen. Tristana und Caitlyn sind dabei die einzigen, die die nötige Grundreichweite dafür besitzen, denn man benötigt um die 650 Range. Kogmav ist dabei nur mit der Aktivierung seiner Fähigkeiten dazu in der Lage. Selbstverständlich ist es auch entscheidend, dass die Teammitglieder einem dabei helfen, entweder durch einen Schild oder einen Heel, wobei ein Blutdürster natürlich auch sehr gut aushelfen kann. Gut, das war's schon und viel Spaß beim Baron töten.